Hallo, schön, dich hier zu haben. Herzlich willkommen beim Übungsvideo zum Konjunktiv 1. Lisa, Max und ihre Freunde organisieren eine Party. Max meint, man müsse sich erst mal auf einen Ort einigen. Wenn man nicht wisse, wo die Party stattfinden solle, dürfen sie nicht schon vorher einkaufen. Was, wenn alles schiefgehe? Na, fällt dir etwas auf? Gerade habe ich mehrfach den Konjunktiv benutzt, und zwar hauptsächlich den Konjunktiv 1. Darum geht es heute in diesem Video, um die richtige Verwendung des Konjunktiv 1. Du übst hier direkte Rede in indirekte Rede. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com.